Ja hey, Mate, na, bist du schon fit? Sei mal so gut und stell mich auf laut, so dass ihr mich alle hören könnt. Also, euer Zeitplan ist heute relativ streng. Ihr werdet jetzt dann abgeholt und zu den Terminen gebracht. Wichtig ist das Ferntreffen um 17 Uhr. Den Rest geb ich euch am Standpunkt durch. Lass uns wieder Platz nehmen, es gibt doch einiges zu tun. Es ist nicht leicht, ein Imperium zu führen. Haben uns an Standpunkt klar gemacht. Sinfonie der Straße euch beigebracht. Ein Streiforchester der Mittelfinger. Zellative um fürs Hirn, Flächendecken, Parasimther. Pumpen wir Wucke und ziehen umher. Das ist der Block in der Nacht, juchs frisch aus der Haft. Feiern wie Galligula, ficken wie ein Pornostar. Ist du Crewmember, ist alles für dich da. Deutschrap, unser Wohnzimmer, unser tägliches Brot. Der Kopf des Tisches, lebendig oder tot. Freiheit oder Not, ballern alles übern Haufen, so wie gewohnt. Yo, das ist Zusammenhalt, der echte Kern. Real Hip-Hop und deinem neuen glänzenden Stern. Ja, endlich geht's da auch mal ran. Hab doch alles wunderbar funktioniert bis jetzt. Machst bei Terminu noch die Bilder, dann seid ihr eigentlich schon durch. Außer natürlich außer Plantechnisches. Geht zu diesem fucking Flitterlabel und stopft ihnen für alle Zeit. Yeah. Kopf des Tisches übernimmt und die Spassen sind am Zitter an. Wir kommen sofort Totos, wenn wir Fake-AMC-Splitter. Hasse deine Knochen splittern, du weinst nach Zinn, dein Kissen, denn du hast nichts gerissen. Deine Trackslinien beschissen. Shadow Legends, Südwest Gingos, weckt dir diese beiden Namen. Ihr werdet euch doch wundern, was wir mit den Jungs so vorhaben. Meine Stimme wie ne Pumpkan, sie zerlegt euch im Alleingang. Deine klingt so wie nach Weinbrand, ich verschluck euch so wie Treibsatz. Starboy ist ein Motherfucker, alte Schule, aus Prinzip an diesem Tisch wird nicht gelogen. Zieh mit Shadows in den Krieg, sage ihm, was ich denke. Doch es kann auch mal passieren, dass ich meine Worte kränke und hab ne Menge zu verliegen. Diese Sache macht mich so verdammt gefährlich. Keine Ärger nur persönlich, denn ich bin nicht hinterhältig. Gebe dir den Blut in Ratten, lass das mit dem Rappen sein. Besuchen dich in deiner City, schlagen alles kurz und klein. Hey Boss, das wurde gerade für dich abgegeben. Die Kriegungschein, ganze Arbeit geleistet zu haben. Sag mal, muss das Ganze echt sein? Gibt es wirklich kein anderem Weg? Es gibt Löwen und Lämmer, Mösen und Männer. SLG, das Phänomen, ein ganzes Tape voller Banger. Du hörst, richtiger Rapper und bist mit deinen Fährlefanz. Für uns nicht von Relevanz, so wie diese Renaissance. Und jetzt erstmal ein bisschen Testo spritzen, damit die Stimmlage sieht, wie das Niveau von diesen Empathisten hat. Rappenspitze, Messerklingeln schneiden sich ein. Nicht der Mantel von St. Martin, doch ich teile dich in zwei. Hab für die Scheiße keine Zeit, die du ins Mikrofon stammelst. Dass hier Chefetagenrap, wo sich Elite versammeln. Oder an den Texten fällt mir auf, dass es an Inhalten mangelt. Es fällt, wenn du etwas willst, stell dich nach hinten in die Schlange. Ich sitz am Kopf dieses Tisches und bin den Kopf nur am Schütteln. Wenn ich sag, hör auf mit Rap, ist das bestimmt keine Bitte. Die Blicke auf dich gerichtet, posteigeladene Gans. Und nachher dann spritz dein Blut an die Wand.